Hallo liebe Community und herzlich Willkommen zu unserem Vlog, den ihr einmal die Woche erhaltet. Ja, auch diese Woche gibt es wieder einiges zu berichten. Und zwar haben wir unser Speaker-Lineup für die Agile Konferenz mit eurer Hilfe so gut wie fertiggestellt und auch noch einige interessante Tech-Speaker, die über DevOps sprechen, über Deployment, Automatisierung, PHP, all solche Geschichten, mit denen ihr euch sicher noch besser auskennt zum Teil als ich, der ich die Speaker dafür akquiriert habe und mich sehr freue, dass sie alle kommen, unser Lineup steht. Und ja, was soll ich sagen, geht ruhig mal auf agilekonferenz.de Anfang nächster Woche. Da wird dann auch das Programm oder das Lineup aktualisiert worden sein. Und wie ihr feststellen werdet, haben wir ganz unterschiedliche Speaker, unterschiedlichen Formats, unterschiedlichen Geschlechts und auch zu ganz unterschiedlichen Themen, die euch an diesem Tag begeistern sollen und inspirieren sollen. Und ja, das ist für uns auch ganz besonders wichtig, denn Anfang der Woche haben wir festgestellt, dass in Dresden eine Konferenz leider abgesagt werden musste, weil nur weiße Männer im Aufgebot waren. Und das zu einem Shitstorm geführt hat. Die ganze Geschichte wird sehr kontrovers diskutiert. Und wir haben dafür auch mal ein paar Stimmen eingefangen. Unter anderem von der Anna, die die Women Techmakers hier in Frankfurt repräsentiert. Und die hat uns ein paar Fragen zu diesem interessanten Thema beantwortet. Warum ist das eigentlich so, dass man tendenziell weniger Frauen als Techspeakerinnen auf den Techkonferenzen findet? Das sind jetzt keine verifizierten Daten, aber es ist halt eben ein Thema, was diskutiert wird und dazu nimmt sie Stellung. Das könnt ihr euch gerne in dem Video, ich glaube hier, anschauen und auch in unserem dieswöchigen Text im Blog ist das auch ein Thema. Ja, ansonsten gibt es von uns nur zu sagen, nächste Woche werdet ihr unseren Vlog aus Berlin erhalten. Ja, wir fahren nach Berlin. Eine Woche Klausur, wie man das beschreibt, wenn man mal zu viert woanders arbeiten will. Und wir freuen uns. Morgen nochmal einen Tag in Frankfurt. Und dann wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Meldet euch an zur Webweek. Bis Sonntag könnt ihr noch eure Projekte anmelden. Dann ist auch mal Schluss. Ganz ehrlich, wir haben jetzt wochenlang aufgerufen und haben auch mittlerweile schon an die 50 Events aus über 10 verschiedenen Städten. Noch seid ihr alle herzlich willkommen. Macht mit. Und es verabschiedet sich wie immer. Euer Max. Und dann ist auch noch ein paar Minuten.